sollte boxen verboten werden was geht ab meine ring life gang schön dass du wieder da seid herzlich willkommen zu einem weiteren video heute mal muss ich sagen ein echt ernstes thema ich habe mir eine ganze weile gedanken gemacht ob ich dieses video drehen soll oder nicht im endeffekt habe ich beschlossen euch um eure meinung zu fragen habt dann auf instagram eine umfrage gestartet und über 90 prozent der teilnehmer haben gesagt ja mach ein video darüber also habe ich beschlossen jetzt tatsächlich ein video darüber zu drehen am ende dieses videos schneide ich euch noch ein paar meinungen ins bild von den leuten die bei dieser umfrage mitgemacht haben ja also sollte man boxen verbieten ja oder nein das sind meinungen von teilweise boxern und teilweise von leuten die gar nichts mit boxen zu tun haben also wenn du das sehen willst am ende des videos noch mal kurz reinschauen seit 1890 sind über 1600 boxer im ring oder an den folgen eines boxkampfes gestorben das das ist eine statistik von 2011 also sind es mittlerweile noch einige mehr im durchschnitt sind es also 13 bis 14 boxer die pro jahr ihr leben im ring verlieren maxim dadaschev 28 jahre alt hugo santillan 23 jahre alt und patrick day zuletzt 27 jahre drei junge männer haben für ihren kindheitstraum gekämpft und am ende ihr leben im ring gelassen und nach jedem einzelnen dieser tragischen unfälle wird dieses thema dann wieder aufs neue in den medien aufgebrüht ja man redet dann davon ob man boxen verbieten sollte oder ob der boxsport grundsätzlich verändert werden sollte aber ist es sinnvoll gleich den ganzen boxsport zu verbieten ich will euch mal meine ansicht als aktiver boxer zu diesem thema geben klar weiß jeder von uns dass das kein ballett oder tischtennis ist ja vielleicht ist das uns am anfang unserer kindheit mit sieben oder acht jahren wie es halt damals bei mir der fall war als ich mit kickboxen angefangen habe noch nicht bewusst aber im laufe der zeit wird einem schon deutlich oder wird einem schon bewusst welche risiken dieser sport mit sich führt boxen ist nun mal ein vollkontakt kampfsport und es ist nachweislich der gefährlichste kampfsport klar mma und kickboxen sind auch sehr gefährlich und haben ihre risiken aber die sind nun mal nicht so gefährlich wie boxen denn während du bei mma maximal fünf runden mal fünf minuten im käfig stehst und beim kickboxen fünf runden mal drei minuten sind es beim boxen eben zwölf runden mal drei minuten die du im ring stehst zudem kommt hinzu dass bei mma ein großer teil des kampfes auch im boden also im bodenkampf stattfindet wo eben nicht so viele harte treffer ausgeteilt werden und beim boxen hast du eben einen gegner dir gegenüberstehen der darauf spezialisiert ist die über diese volle distanz von zwölf runden nur auf die fresse zu geben und klar selbstverständlich habe ich mir auch im laufe der jahre auch meine gedanken zu diesem thema gemacht denn seien wir mal ehrlich wer will schon jung sterben wir alle haben eine familie oder menschen um uns herum die wir lieben oder ziele und träume die wir verfolgen und für die es sich einfach lohnt zu leben aber es gibt eine seite am kampfsport die sehr viele menschen eben nicht verstehen insbesondere nicht irgendwelche reporter lullis die noch nie in ihrem leben im ring standen oder boxhandschuhe getragen haben und dann anfangen negativ über diesen sport zu berichten und ich will euch mal versuchen diese seite aus der sicht als kampfsportler zu erklären es ist nun mal so wir kampfsportler sind sowas wie moderne gladiatoiren früher standen wir uns in der arena oder im kolosseum gegenüber heute ist es nun mal der ring oder der käfig und eigentlich ist es eine total romantische fantasie der wir nachjagen wir sehen unsere vorbilder wie zb mike tyson oder mohammed ali und wir wollen auch so sein wie sie wir wollen auch im ring stehen und den applaus des publikums ernten nachdem wir gezeigt haben was wir für starke krieger sind und dann in die geschichtsbücher eingehen und über unseren tod hinaus nicht vergessen werden dass nicht jeder gladiator unverletzt oder lebendig aus der arena herauskommt weiß natürlich jeder einzelne von uns aber dieser gedanke wird verdrängt denn wenn du anfängst im ring an dir oder an dem was du tust zu zweifeln wird das ganz schnell sehr sehr gefährlich für dich aber boxen oder kampfsport allgemein gibt insbesondere menschen die auf der suche sind oder so suchen den seelen etwas ganz besonderes die meisten von uns tragen nämlich einen hunger in sich der eben nicht durch andere sportarten oder durch andere dinge gestillt werden kann und die meisten von uns waren bestimmt auf die eine oder andere art und weise auch irgendwie problemkinder denn wir waren alle auf der suche nach etwas das uns diese innere ruhe gibt und es ist einfach so dass boxen nun mal keine sportart für irgendwelche rich oder reichen kids ist sondern eher eine sportart für kinder von der straße oder kinder aus vielleicht etwas schlechteren verhältnissen wir mussten alle lernen uns durchzukämpfen und boxen hat uns dabei einfach extrem geholfen und es gibt ja auch so viele andere gute seiten an diesem sport wie viele kinder wurden durch den boxsport oder durch kampfsport allgemein vor der straße oder vor vor der kriminalität bewahrt oder gerettet ich kann ja einfach an meinem eigenen beispiel ganz einfach sagen wie es ist ich war jemand der in meiner ganzen jugend und auch heute noch bin ich es jemand der etwas aggressiver ist und etwas temperamentvoller ja wenn mir jemand blöd kommt neige ich schneller dazu bisschen unfreundlicher zu werden der kampfsport oder das boxen hat mir dabei geholfen dieses innere feuer das man in sich trägt einfach besser zu kontrollieren und nicht gleich auszurasten und hinzulangen wenn dir einer einen blöden spruch zuwirft das hat mich im laufe der zeit einfach vor so vielen dummheiten bewahrt und im endeffekt vor sagen seien wir mal ehrlich vor vielen gefängnis strafen oder geldstrafen das beste beispiel dazu ist einfach mike tyson mike tyson saß oder wurde bis er 13 war schon über 40 mal verhaftet erst als er in den knast gekommen ist dort das boxen gefunden hat konnte er sein leben umkrempeln box weltmeister werden und dann im laufe der zeit eben dadurch für seine familie sorgen durch den kampfsport werden uns werte vermittelt die wir heutzutage eigentlich fast nirgendwo anders noch lernen dazu gehören nun mal dinge wie disziplin respekt zusammenhalt bescheidenheit selbstbewusstsein alles wichtige dinge die ein normaler mensch kennen und lernen sollte und das sind alles dinge die du lernst von anfang an sobald du in einen kampfsport gym reingehst und auch wenn wir uns im ring gegenüber stehen und uns voll verprügeln haben wir immer vollsten respekt vor unserem gegner denn wir wissen alle ganz genau was der andere für denselben traum für dieselbe romantische fantasie die wir haben aufs spiel setzt die meisten von uns kommen ein leben lang nicht von diesem sport weg denn diese leidenschaft wie die wir dafür verspüren oder dieses lebensgefühl das wir dadurch haben kann durch eigentlich gar nichts anderes ersetzt werden das boxen aber insbesondere eine der dreckigsten und korruptesten sportarten der welt ist in der die athleten wie sonst nirgendwo anders ausgenutzt und ausgebeutet werden will ich hier aber gar nicht bestreiten es gibt dinge die auf jeden fall geändert werden sollten um das risiko für die athleten zu verringern und in der vergangenheit wurden auch schon einige dinge verändert wodurch das boxen heute wesentlich sicherer geworden ist als in der vergangenheit aber dennoch gibt es immer noch einige dinge die man meiner meinung nach verändern könnte und sollte und paar dieser punkte will ich jetzt mal schnell aufzählen punkt nummer eins es sollte wesentlich mehr ärztliche check ups geben einmal im jahr zu einem box tauglichkeit test zu gehen und sich mal kurz untersuchen zu lassen reicht in einem sport einfach nicht indem man mehrmals im jahr im ring steht und harte treffer kassiert punkt nummer zwei box sperren sollten weltweit hartnäckig durchgesetzt werden wer sich nicht an diesen sperren hält sollte ganz klar seine lizenz verlieren egal ob als promoter veranstalter oder kämpfer selbst vorhin habe ich bereits erwähnt dass der 23 jährige hugo santian dieses jahr nach einem box kampf gestorben ist was die meisten nicht wissen ist dass er am 15 juni in hamburg gegen den armenischen boxer atem harutunian geboxt und verloren hat und nach seiner niederlage vom deutschen boxsportverband eine sperre bis mindestens 30 juli ausgehängt bekommen hat eine sperre bedeutet normalerweise folgendes nach einer technischen ko niederlage das bedeutet wenn du zum beispiel dreimal angezählt wurdest und der ringrichter dann den kampf abpfeift bekommst du 30 tage sperre 30 tage box sperre 30 tage kein hartes training kein sparring und auf gar keinen fall ein kampf nach einer knockout niederlage also wenn ein ein athlet wirklich bewusstlos war kriegt der 60 tage minimum 60 tage sperre in denen er nicht trainieren nicht sparen nicht kämpfen darf einfach nur um seinen körper die nötige zeit zu geben sich wieder zu erholen der argentinische boxer stand nicht einmal einen monat später wieder im ring in einem kampf und weil man für einen kampf trainieren muss stand er wahrscheinlich also schon wenige tage nach seiner niederlage in hamburg schon wieder im trainingslager und hat sparring gemacht und sich für diesen kampf vorbereitet das bedeutet er hat seinem körper gar keine zeit gegeben um sich zu erholen das richtige problem an der ganzen sache ist dass er diese sperre umgehen konnte weil er außerhalb von deutschland gekämpft hat und außerhalb von deutschland diese sperre einfach nicht mehr gegriffen hat der promoter der veranstalter und die trainer von dem argentinischen boxer sollten sich schämen und für immer ihre lizenz entzogen bekommen und nie wieder einen kampf veranstalten dürfen an erster stelle die oberste priorität für einen trainer sollte immer sein die sicherheit des schützlings zu gewährleisten und da haben die absolut versagt punkt nummer drei es müssen größere handschuhe in die kämpfe eingeführt werden im profiboxen ist es so dass athleten bis 67 kilo acht unzen handschuhe tragen und alles was darüber geht zehn unzen handschuhe kleine handschuhe bedeutet wenig polster bedeutet viele verletzungen und viele knockouts und das schädigt die athleten ja dann tatsächlich auf dauer meiner meinung nach müssten es mindestens 12 und 14 unzen handschuhe sein die man bei den profis trägt ja klar dadurch sind vielleicht einige kämpfe nicht mehr so spektakulär und es gibt ein paar weniger knockouts aber dadurch ist einfach die sicherheit der athleten tausendmal mehr gewährleistet und zu guter letzt punkt nummer vier und meiner meinung nach die größte dummheit und frechheit überhaupt im kampf sport ist die regelung der waage und der gewichtsklassen es ist allgemein bekannt dass im kampf sport dass es im kampf sport gewichtsklassen gibt und die athleten versuchen in der regel immer in der möglichst niedrigsten gewichtsklasse zu kämpfen die sie erreichen können einfach nur um einen größen und kraftvorteil oder gewichtsvorteil dem gegner gegenüber zu haben also waage ist normalerweise immer am freitag eine woche vorher fängt man an sich gewicht runter zu kochen das schafft man indem man zum beispiel wenig ist wenig trinkt sauna geht viel schwitzt in der in der sauna sogar trainiert unter tausenden bettlaken und handtüchern schläft um einfach möglichst viel wasser zu verlieren und zu dehydrieren und dadurch sein gewicht zu senken dann geht man am freitag komplett ausgetrocknet auf die waage schafft gerade mal als halbe leiche das gewichtslimit und dann hat man 24 stunden in der regel zeit bis zum nächsten abend wieder zu rehydrieren das bedeutet man fängt an extrem viel zu essen extrem viel zu trinken und baut wieder gewicht dadurch auf zwei probleme gibt es hierbei problem nummer eins es gibt nicht selten athleten die schaffen über nacht oder über den tag etwa sieben bis zehn kilo wieder drauf zu legen das bedeutet sie kommen zum beispiel auf die waage mit 60 kilo kommen aber zum kampf mit 70 kilo punkt nummer eins hierbei ist gefährlich für den anderen gegner der vielleicht eben nicht geschafft hat so viel gewicht wieder aufzulegen oder der natürlich kleinere boxer ist denn er muss jetzt gegen jemanden kämpfen der einfach viel mehr kraft viel mehr kraft und gewicht hat als er ja was das verletzungsrisiko für ihn unglaublich steigert punkt nummer zwei der körper auch wenn man anfängt zu rehydrieren wie ein verrückter hat in 24 stunden gar nicht genug zeit wirklich alles wieder aufzubauen dein körper oder deinem körper fehlen also nährstoffe vitamine und unglaublich viel flüssigkeit um gesund zu sein stell dir einfach mal vor einen gesunden ast an einem baum wie schwer ist es einen gesunden ast vom baum runter zu reißen und wie einfach ist es einen komplett ausgetrocknen ast einfach mal in zwei hälften zu brechen genau dasselbe prinzip ist damit deinem körper dein körper ist komplett ausgelaugt und schwach und extrem anfällig für verletzungen und tatsächlich entstehen die meisten verletzungen im sport oder in dem kampf eben durch dieses gewichts verlieren meiner meinung nach sollte es hier ganz klare limits oder änderungen beim gewichtssystem geben oder bei der waage entweder man führt die waage gleich am kampfabend ein dass die athleten gar keine zeit haben hier sich extrem zu rehydrieren und dadurch einfach nicht diese austrocknung oder diesen kochprozess durchführen oder es sollte eine zweite waage am kampfabend geben und wenn das ergebnis der waage am kampfabend maximal zwei oder drei kilo über dem ergebnis vom vorabend ist darf der athlet einfach nicht antreten und einfach noch mal ganz kurz zum thema verbot noch mal wenn ich alleine über die straße laufe und nicht nach links oder rechts schaue kann es auch sein dass ich sterbe völlig egal was ich mache den ganzen tag es besteht immer das risiko dass ich dass irgendwas passiert und ich sterbe wenn ich in den ring steige und bewusst und freiwillig das risiko eingehe um meiner leidenschaft nachzugehen oder meinen träumen nachzujagen wer will sich da das recht herausnehmen und mir oder irgendeinem anderen athleten verbieten meiner leidenschaft nachzugehen im endeffekt weiß jeder auf was für ein risiko er sich einlässt und jeder sollte auch die möglichkeit haben das zu tun was er will ja freunde das ist meine meinung zu dem ganzen thema ich blende euch jetzt gleich noch die rückmeldungen von meinen zuschauern ein in dem sinne freunde ich bedanke mich fürs zusehen wenn dir dieses video gefallen hat und du mir irgendein feedback zu diesem thema geben möchtest vergiss nicht daumen hoch zu drücken kanal zu abonnieren und mir einen kommentar zu hinterlassen wir sehen uns im nächsten video tschau Untertitelung des ZDF, 2020